Der Gebäudeenergieausweis wird immer wichtiger und in der Vergangenheit war es immer so, dass man ihn nur für die Vermietung oder für den Verkauf eines Gebäudes brauchte. Heute ist es aber auch so, dass wir für jede Baufinanzierung mittlerweile den Energieausweis anfordern. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, wir machen hier einmal ein Video dazu, was genau es mit dem Energieausweis auf sich hat, warum der überhaupt wichtig für euch ist und welche Inhalte ihr für euch aus dem Energieausweis rausziehen könnt und was ihr damit anfangen könnt. Grundsätzlich sind in diesem Energieausweis Informationen zur Dämmung und zur Heizlast des Gebäudes enthalten. Das heißt, wie hoch ist der CO2-Ausstoß eines solchen Gebäudes und man findet dort auch Informationen dazu, welche Sanierungsmaßnahmen dazu beitragen werden, den Energiestand des einzelnen Gebäudes zu verbessern. Die erste Frage ist also überhaupt, wofür brauche ich heutzutage einen Energieausweis? Naja, grundsätzlich zur Vermietung, zum Verkauf und auch zur Finanzierung von Gebäuden ist ein Energieausweis mittlerweile notwendig. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wann ein Energieausweis nicht notwendig ist und zwar, wenn das Gebäude weniger als 50 Quadratmeter Wohnfläche hat, wenn das Gebäude ungenutzt ist, also es überwiegend zum Beispiel nicht beheizt wird oder zum Beispiel spezielle Nutzungsarten von Gebäuden, also Lagerhallen, Ställe oder so etwas und auch denkmalgeschützte Immobilien sind in der Regel von Energieausweispflicht befreit. Das gilt aber je nach geltendem Landrecht. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Energieausweisen. Das eine ist der sogenannte Bedarfsausweis und das andere der sogenannte Verbrauchsausweis. Worin besteht der Unterschied? Der Bedarfsausweis, der wird anhand der tatsächlichen Bausubstanz berechnet. Also das heißt, dort kommt ein Energieeffizienz-Experte zu euch in die Immobilie und untersucht beispielsweise die Durchlässigkeit der Fenster oder zum Beispiel auch welche Heizung im Gebäude verbaut ist. Der Verbrauchsausweis dagegen, genau wie der Name schon sagt, der wird immer auf den historischen Verbrauch eines Gebäudes gemünzt und ist deshalb nicht ganz so genau wie ein Bedarfsausweis, weil er sich ja auf den Verbrauch der letzten drei Jahre bezieht. Und je nachdem welcher Eigentümer oder welcher Mieter in der Immobilie gewohnt hat, hat er ja ein unterschiedliches Heizverhalten gehabt. Deswegen ist meiner Meinung nach der Verbrauchsausweis nicht ganz so aussagekräftig wie ein richtig erstellter Bedarfsausweis. Was aber beide Ausweise gemeinsam haben, ist, dass sie den CO2-Ausstoß des Gebäudes berechnen sollen und dass sie daneben auch noch Modernisierungsempfehlungen haben, wie man diesen CO2-Ausstoß in der Zukunft verringern kann. Und das Ganze hat zum Ziel, dass die Energiebilanz des Gebäudes deutlich verbessert werden soll und in Zukunft dazu beigetragen wird, dass solche Worst-Case-Immobilien, also H vom Gebäudeenergieeffizienzstandard, immer weiter in den Sanierungsstandard A gebracht werden sollen. Warum ist das Ganze heute auch so wichtig? Naja, es gibt mittlerweile das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, was unter anderem dafür sorgt, dass bis zum Jahr 2030 die Gebäude alle mindestens in den Energieeffizienzstandard D versetzt werden sollen. Jetzt nochmal zum genauen Unterschied zwischen Bedarfsausweis und Verbrauchsausweis. Wer darf so einen Bedarfsausweis denn überhaupt erstellen? Das machen in der Regel Energieeffizienz-Experten, die dafür zertifiziert sind, Architekten oder aber auch Heizungsbauer. Ab und zu gibt es auch Schornsteinfeger, die das dürfen. Dann haben sie eine spezielle Weiterbildung dafür gemacht. Auch die können euch also einen Energieausweis erstellen. Dabei prüft derjenige, der jetzt zu euch ins Objekt reinkommt, wie die gesamte Beschaffenheit des Gebäudes strukturiert ist. Also angefangen von der Gebäudehülle bis rein zur technischen Ausstattung, wie zur Heizungsanlage oder den Fenstern. Der Preis zwischen so einem Bedarfsausweis, weil ja wirklich ein Experte in die Immobilie kommen muss, liegt so zwischen 250 bis 300 Euro. Der Verbrauchsausweis hingegen, der kann von euch selbst erstellt werden. Also wenn ihr Zugriff auf eure Verbräuche der letzten drei Jahre habt, dann reichen im Prinzip die Jahresverbräuche und ihr könnt bei Online-Anbietern den Energieausweis selbst erstellen lassen. Die Kosten liegen dann an der Stelle zwischen ungefähr 30 bis 100 Euro, weil ihr ja den Großteil der Arbeit selbst erledigt. Wichtig ist, dass ihr an der Stelle natürlich auch für die Angaben im Verbrauchsausweis hinterher haftet, weil ihr diese Angaben selbst übermittelt habt. In der Regel ist es auch so, dass ihr dann ein Foto von der Heizungsanlage zum Beispiel beim Antrag mit zufügen müsst, damit der Verbrauchsausweis erstellt werden kann. Interessanterweise ist es jetzt natürlich so, dass wenn man beide Varianten im gleichen Gebäude erstellen lässt, dass die natürlich unterschiedliche Ergebnisse liefern können, weil der Bedarfsausweis halt wirklich auf den technischen Zustand gemünzt ist und der Verbrauchsausweis halt auf den historischen Verbrauch gelenkt wird. Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, einen Ausweis erstellen zu lassen, haben wir für euch eine Checkliste erstellt, die ihr hier unter diesem Video als Link findet. Und dort habt ihr so eine Art Punkt-für-Punkt-Anleitung, welche Daten notwendig sind, damit so ein Ausweis für euch erstellt werden kann. Wann macht es jetzt also Sinn, so einen Ausweis erstellen zu lassen? Also grundsätzlich müsst ihr, wenn ihr vermietet, eurem Mieter diesen Energieausweis zur Verfügung stellen, damit er halt eine Information darüber erhält, wie hoch sein zukünftiger Verbrauch in etwa sein wird und wie gut das Gebäude gedämmt ist. Natürlich aber auch, wenn ihr die Immobilie verkaufen wollt, auch da gibt es eine gesetzliche Pflicht, dass man dem neuen Eigentümer, also dem Käufer der Immobilie, auch einen Ausweis aushändigen muss, damit er weiß, welchen Energiestand er dort einkauft. Auch wenn man ein Gebäude verpachtet, hat man zwar andere Regularien als in einem Mietvertrag, aber auch dort müsst ihr dem Pächter eine Kopie des Energieausweises aushändigen. Und eine Empfehlung ist natürlich auch, wenn ihr ein Gebäude grundsätzlich mal energetisch saniert habt, dann macht es ja auch Sinn, zu prüfen, wie groß die Auswirkungen dieser energetischen Sanierung gewesen sind. Und eventuell habt ihr ja sogar KfW-Mittel in Anspruch genommen oder andere energieeffiziente Zuschussvarianten. Und anhand des Energieausweises könnt ihr dann belegen, dass diese auch einen großen Effekt für euch gehabt haben. Gibt es auch eine Verpflichtung dazu, wann man den Ausweis aushändigen muss? Wenn ihr mit einem Mietinteressenten die Immobilie besichtigt, dann sollte das direkt schon bei der Besichtigung passieren oder vor der Besichtigung in Form der Online-Anzeige beispielsweise. Wichtig ist, dass wenn der Interessent euch nach diesem Ausweis fragt, dann müsst ihr in der Lage sein, dem Interessenten eine Kopie des Ausweises aushändigen zu können. Spätestens aber beim Abschluss des Mietvertrags ist es wichtig, dass ihr nachweisen könnt, dass ihr diesen Ausweis ausgehändigt habt. Ich mache das in meinen Mietverträgen zum Beispiel immer als Besonderheit. Hinten im Mietvertrag schreibe ich mit rein, dass eine Kopie des Energieausweises mit Bestand von ausgehändigt worden ist. Was mittlerweile allerdings neu ist, ist, dass auch bei Baufinanzierungsanträgen ein Energieausweis der Immobilie vorgelegt werden muss. Das Interessante ist, dass es von manchen Banken extra für spezielle energieeffiziente Gebäude Zinsnachlässe gibt, die zum Beispiel 0,1% günstiger sind, als wenn man einen schlechten Energiestand im Gebäude hat. Und gerade wenn es um Sanierung geht, ist es auch wichtig, dass man nachweisen kann, wo war der Energieeffizienzstandard vorher und wo wird er durch meine zukünftig geplanten Sanierungen dann hingehen. Also um wie viel verbessert sich das Gebäude durch meine Sanierungen, die ich dort vornehme. Und einen kleinen Tipp kann ich euch an der Stelle auch noch geben aus der Brille eines Immobilienmaklers. Wenn wir mit der Software, die wir haben, um den Marktwert einer Immobilie zu bestimmen, dort die Eingaben pflegen, dann ist dort auch immer eine Frage nach dem Energieeffizienzstandard. Und je nachdem, wie gut dieser Energieeffizienzstandard ist, umso höherwertig ist eure Immobilie aus Sicht der Software und damit natürlich auch draußen, also als allgemeingültige Aussage, je besser der Standard, umso höher der Immobilienwert. Woher kommt das? Wenn man ein Gebäude hat, was natürlich einen höheren Energieverbrauch hat, dann sind eure Nebenkosten, also entweder die von euch oder die von euren Mietern, natürlich höher, als wenn man ein super gedämmtes Haus hat, wo möglichst wenig Energie verpufft. Wenn ich jetzt also eine Immobilie vermiete oder verkaufe, ist es ganz wichtig, dass die folgenden fünf Punkte in der Anzeige enthalten sind. Als allererstes muss ich den Interessenten darüber aufklären, ob es sich um einen Bedarfs- oder einen Verbrauchsausweis handelt. Dann muss die Information weitergegeben werden, welcher Energieträger verwendet wird, also handelt es sich hier um Öl, Gas oder ist Strom der Energieträger. Auch nicht unwichtig ist das Gebäudealter, also genau das Baujahr des Gebäudes muss auch im Energieausweis stehen. Und natürlich besonders interessant, damit man das Ganze auch vergleichbar machen kann, ist der Endenergieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche. Wenn ihr jetzt also Interessenten seid für die Anmietung einer Immobilie oder für den Kauf einer Immobilie, dann könnt ihr anhand dieses Quadratmeterwertes abschätzen, ob eure neue Immobilie besonders energieeffizient ist oder ob die Energie zum Fenster rausgeblasen wird. Und wenn der Ausweis vor dem 1. Mai 2014 erstellt worden ist, dann müsst ihr auch noch die Klasse angeben, ob es sich um A, A+, oder den Energiestandard H zum Beispiel handelt. Was passiert, wenn man das Ganze nicht macht? Ja, wenn man nicht nachweisen kann, dass man den Interessenten den Ausweis ausgehändigt hat und das Ganze zur Anzeige kommt, dann kann man Abmahnungen oder hohe Geldstrafen erhalten. Wenn jetzt beim Inserieren noch kein Ausweis vorhanden ist, ist das natürlich kein K.O.-Kriterium, sondern man kann dann bis zum Abschluss des Mietvertrages oder bis zum Abschluss des Kaufvertrages den Energieausweis auch noch nachreichen. Meine Empfehlung ist aber, kümmert euch frühzeitig darum, denn das Ganze ist mit keinem großen Aufwand verbunden. Wenn man jetzt einen Energieausweis erstellen lassen möchte, dann braucht man dafür ja nur ein paar Angaben, wie vorhin schon gesagt, also entweder die letzten drei Jahresverbräuche oder man beauftragt einen Energieeffizienz-Experten, der das Ganze für euch erledigt. Wenn ihr Unterstützung dabei braucht, dann sagt uns gerne Bescheid. Unter dem Video hier findet ihr einen Link, wo ihr einen Energieausweis online erstellen lassen könnt oder sprecht uns einfach an, wenn ihr einen Energieeffizienz-Experten bei euch vor Ort haben möchtet, der euer Objekt mit euch gemeinsam begutachtet. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass dieser Energieeffizienz-Experte euch anhand eurer Immobilie auch direkt einen Tipp geben kann, welche Maßnahmen dazu führen können, dass ihr in Zukunft einen besseren Energiewert erreicht. Grundsätzlich kann es ja Sinn machen, wir haben jetzt das Jahr 2023, wir sind fast in 2024, vielleicht jetzt noch einen Energieausweis erstellen zu lassen, denn solche Energieausweise sind immer zehn Jahre gültig. Da wir ja bis 2030 mindestens den Energieeffizienz-Standard D erreichen müssen, macht es ja vielleicht Sinn, heute schon einen Energieausweis zu erstellen, damit man ihn für diese Gesetzgebung schon mal in der Tasche hat. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, was man tun kann, um mit möglichst kleinem finanziellen Aufwand den Gebäudeenergieeffizienz-Standard maximal zu erhöhen. Am besten fangt ihr bei der Gebäudehülle an. Also das heißt, wenn ihr in der Vergangenheit noch gar nichts gemacht habt an eurer Immobilie, dann ist es mit relativ überschaubarem Aufwand möglich, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Dafür gibt es ganz einfach gesagt Styroporplatten, die zum Beispiel auch schon obendrauf eine Holzplatte haben, dass man hinterher da drüber laufen kann. Und die kann man im Prinzip wie Laminat auf dem Boden verlegen. Wenn ihr jetzt euren Dachboden in der Vergangenheit noch nicht gedämmt habt, dann könnt ihr hier mit kleinem finanziellen Aufwand den ganzen Dachboden mit diesem Klicksystem selbst verlegen. Das ist auch nichts Schwieriges und man kann in einer ganz normalen Säge diese Platten schneiden, sodass es eigentlich für jeden möglich sein sollte, diese Maßnahme selbst durchzuführen. Und selbst wenn ihr das Ganze nicht selbst durchführen könnt, dann fragt den Dachdecker eures Vertrauens. Der wird euch für kleines Geld den Dachboden dämmen können. Dann ist es ja nicht unbedingt notwendig, direkt ein neues Dach auf das Haus zu setzen, was natürlich mit größerem finanziellen Aufwand verbunden ist, sondern man kann an der Stelle mit kleinem Geld das ganze Problem lösen. Genauso wie wir von oben dämmen können, kann man das Haus auch von unten dämmen. Also diese Styroporplatten gibt es auch im Prinzip so, dass man sie unter die Kellerdecke kleben kann und dort natürlich auch dafür sorgen kann, dass die Wärme nach unten heraus nicht verloren geht. Anfangen würde ich aber immer von oben nach unten am Gebäude. Weiterer Tipp ist, von der BAFA gibt es aktuell Fördermittel. Und zwar Stand heute um die 20 Prozent, wenn man etwas an der Gebäudehöhle verändert. Also zum Beispiel neue Fenster oder eine neue Haustür ins Gebäude einsetzt. Ja, dann könnt ihr euch da auch hier unter diesem Video den Link einmal anschauen. Dort werden die aktuellen BAFA-Programme genauer beschrieben. Vielleicht machen wir dazu nochmal ein separates Video, aber aktuelle Informationen erhaltet ihr erstmal unter diesem Link. Muss ich jetzt sofort meine Heizungsanlage austauschen und eine neue Heizung einbauen? Nein, das ist ein Medienhype gewesen, der aber aktuell nicht umgesetzt worden ist. Das heißt, wenn ihr eine funktionierende Heizungsanlage habt, ist es nicht notwendig, diese Heizung rauszuschmeißen und gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Solltet ihr aber in den nächsten Jahren in der Situation sein, dass eure Heizungsanlage defekt ist, dann könnt ihr jetzt noch Zuschüsse vom Start nutzen. Und je nachdem, wann ihr die Heizungsanlage erneuert, bekommt ihr unterschiedliche Zuschüsse. Aber grundsätzlich ist meine Empfehlung, man schmeißt keine funktionierende Heizungsanlage einfach in den Müll. Das ist eine noch schlimmere Energieverschwendung, als wenn ich die bestehende Heizungsanlage weiterlaufen lasse. Weitere Tipps zum Förderprogramm für Heizungsanlagen findet ihr auch unter diesem Video in den Links. Und damit ihr jetzt in Zukunft keine weiteren spannenden Immobilientipps verpasst, hier die Glocke einmal anklicken, liken, kommentiert diesen Beitrag und am besten schickt ihr ihm euren Kollegen, die auch selber in den Immobilien wohnen oder die jetzt gerne Immobilien kaufen wollen. Bis zum nächsten Mal.